Willkommen zurück hier bei Half-Life, so F9. So fangen wir jetzt jede Folge an, wir drücken erstmal F9. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier auf uns warten mag. Okay, wieder ein großer Raum. Wandminen, die wir gleich mal weg sprengen. So, oh, da waren wohl ein paar mehr. Oh, um Gottes Willen. Ah, wop, 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 wop. Jetzt weiß ich gar nicht, wer hier gegen wen kämpft. Boah, was ist denn hier bitte los? Okay, wow, können wir das Viech überhaupt töten? Okay. Boah. Wow. Jetzt war ich mal gerade irgendwie restlos überfordert gewesen und hab einfach mal wild um mich geschossen. Boah. Oh Mann, das gibt's ja gar nicht. So, hier Munition, Munition. Okay, einmal tief durchatmen, wenn er so startet, eine Folge doch mal ziemlich actionreich, würde ich sagen. Boah, jetzt geht's hier raus. Da kamen wir her. Hier geht's raus. Was war das? Hier geht's nicht raus, aber hier geht's auch noch raus. Hier haben wir irgendwelche Computer. Kann man da was machen? Nee, kann man nicht. An dem anderen vielleicht? Nee, kann man nicht. Okay, dann gehen wir jetzt mal erst mal hier schauen. Okay, Explosiv. Ah, hallo. So, den hinten mal. So. Ah, in jeder Ecke lauert die Gefahr hier in diesem Komplex. Das ist aber echt so, oder? Das ist wirklich unfassbar. Was geht da drinnen ab? Okay, was ist denn das? Oh Mann, ich will das überhaupt nicht wissen. Ich will eigentlich gar nicht wissen, was hier in dem Ding abgeht. Oh nee, und da ist noch jetzt bestimmt wieder so komische Viecher drinne. Na ja, Headcrabs. 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 Nicht zu knapp. Nehmen wir lieber die Pistole. So. Ach Mann. Von wegen nehmen wir lieber die Pistole. Wo denn? Mann, 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 Mann. Wir gehen mal hier hoch. Ja, wenn jetzt noch ein Gegner kommt, dann sind wir wahrscheinlich hinüber. Was war das? Das hörte sich nicht gerade sehr gut an, wenn man mich fragt. Oh. Wow. Hilfe, Hilfe. Jetzt rutsche ich aber weit weg. Wir können nicht mehr nachladen. Oh, oh. Da, die kämpfen auch gegen diese Biester. Jetzt haben wir wieder gar keine Munition. Jetzt haben wir wieder nur noch... Nee, ach, gar nicht, weil wir haben ja noch die Shotgun. Naja, gut, die taugt auch nicht mehr viel. Lad mal nach. Wir haben ja hier alle Zeit der Welt. So, genau. Schön durchziehen und dann... Hoppala. Mal gerade hier reinflüchten. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Ja, ach. Das war fies. Mist. Nachladen. Äh, nachladen. Jetzt habe ich gerade die Taste zum Nachladen gesucht. Ich habe Angst, dass immer irgendwie einer von unten hochkommt. Die haben auch gar keine Granaten oder sowas, ne? Hier können wir uns wieder ein bisschen aufladen. Oh, hallo. Ach, Mann. So. Bisschen Munition. Aber nicht für die Waffe, die ich gerne hätte, okay? Okay. So. Jetzt gucken wir hier trotzdem nochmal gerade rum, aber hier ist nichts weiter. Ah, hier. Wir drücken mal drauf. Mö, 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 mö. Und gehen ganz schnell raus. Hier waren noch zwei, oder nicht? Soldaten. Äh, F9, falls ich es noch nicht gedrückt habe. Wo, wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh. Ach nee, ich dachte, der ist da reingelaufen. Okay. So, jetzt bin ich mal gerade ganz mutig dahin gelaufen. Wer redet denn hier? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, was ist denn hier passiert? Wow. Was ist das bitte? Du lieber Himmel. Ist das der Prototyp? Vermutlich. Okay, ich weiß nicht, was ich hier tue. Einfach mal blind links. Ah, da oben. Ah. Okay, blind links irgendwelche Knöpfe drücken. Eine Megawumme in der Hand haben. Und die Musik genießen. Äh. Okay. Was haben wir hier alles? Das ist wirklich manchmal nicht so ganz einleuchtend hier. Ah, hier haben wir noch einen gelben Knopf. Äh, mit dem können wir anscheinend nicht viel machen. Okay. Hallo. Ich hab hier voll die Megawumme. Ich würde aufpassen an deiner Stelle. Oh, ist das hier so ein Laser? Pss, 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 pss. Okay. Hier ist niemand. Das können wir mal gerade aufladen. Ah, die kommen auch immer genau dann zum richtigen Augenblick. Wobei, nee, eigentlich kommt die immer viel zu spät. So, ähm. Löffchen püffeln. Wuhu. Okay, Kisten kaputt machen. Ja, nächste, wo ist denn die Wumme? Nummer vier. Okay. Oh Gott. Kann ich mir vielleicht merken. Hier ist nichts. Okay. Boah. Okay, wir aktivieren hier definitiv irgendwas. Was auch immer. So. Pss, 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 pss. Jetzt hab ich keine Munition mehr für das Zeug. Ich dreh durch. Schade. Das war cool. So. Okay, da waren doch bestimmt wieder ein paar mehr Hunde. Okay, ihr seid tot, 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 tot. Tot. Dann Knöpfchen drücken. So. Ja, irgendwas verbinden wir da auf jeden Fall miteinander. Haben wir jetzt alle Knöpfe gedrückt? Die man so drücken muss? Geht dann die Tür am Anfang auf? Ich finde den Ausgang nie wieder. So, einfach den Leichen hinterher, ne? So, ich weiß nicht, müssen wir jetzt wieder zurück? Guck, das ist ja vielleicht, ja, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, dich haben wir auch. Und hier. Dich und dich haben wir auch. Okay. Ähm, F9. Geht jetzt hier die Tür auf? Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir wieder hier. Hm, was sagt uns das? Was sagt uns das? Nicht viel wahrscheinlich. Haben wir das hier komplett ausgenutzt? Natürlich haben wir das. Oh, hier kamen wir ja nicht. Ne, ich dachte, vielleicht haben wir jetzt irgendwas aktiviert. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ich bin ja, ach nee, ich wollte gerade sagen, ich bin gewillt zu versuchen, die Tür aufzusprengen, aber wir haben gar keine, gar kein Sprengzeug mehr. Tja, wo müssen wir denn jetzt lang? Haben wir da unten irgendwas vergessen zu aktivieren? Das scheint mir ja fast so. Wir laufen einfach mal planlos hier durch. Hallo. Ach, hier waren ja diese netten Gesellen. Und dann gehen wir nochmal hier runter. Und dann sind wir da hinten durch die Tür. So, und dann... Ah, genau, kam hier diese Mega-Action. Und hier ging es ja dann auch nochmal irgendwo weiter, ne? Also wir kamen jetzt gerade von da und sind dann hier reingegangen. Und hier gab es ja auch noch einen Weg. Wollen wir den einfach mal ausprobieren hier, oder? Ah, jetzt haben wir wieder Wandminen. Sehr schön. Okay, hier waren wir noch nicht. Hier müssen wir auch anscheinend nicht hin. Ich probiere mal hier irgendwo an irgendwas rumzudrücken. Ah, seht mal, jetzt haben wir hier so ein Ding aktiviert anscheinend. Anscheinend, okay. Vielleicht können wir jetzt die Computer verwenden, die hier stehen. Seht ihr das? Das war doch wohin nicht, oder? Das waren doch bestimmt wir. Können wir hier an dem Ding irgendwas machen? Hm. Nee. An dem hier? Hier irgendwas? Nee. Hm. Oder müssen wir nicht alle Dinge aktivieren, sondern nur bestimmte? Hm. Mann, Mann, Mann. Das ist ja ganz schön kompliziert. Teilweise. Oder ist jetzt hier irgendwas passiert? Nein. Gibt es da irgendetwas, was man drücken kann? Hm. Eher nicht. Oh, da sind... Oh. Okay. Da sind Kisten. Sind das ganz normale Kisten, oder explodieren die gleich? Ich mach mal F9. Oh. Oh, okay. Das sieht gut aus. Hallo, Wandmine. Ähm. Geht das? Können wir die Kiste kaputt machen, oder... Fliegt uns das Ding um die Ohren? Oh, 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 oh. Okay. Ich möchte gerne... Darf ich mal da vorne hin? Ich möchte mich gerne aufladen. Äh, ist das hier irgendwie ein Fehler? Oder ist das so gewollt? Ich mein... Ich bin mir gerade nicht so sicher. Hoppala. So, mal schnell aufladen. Ja, sehr schön. Was hat denn da gerade komische Geräusche von sich gegeben? Ich will es nicht wissen. So. Gut. Sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. Das war doch hier vorhin auch nicht, oder? Vor allen Dingen, warum kann ich das jetzt nicht kaputt machen? Weil ich mein, da ist ja nichts... Hopp. Hä? Jetzt ist es weg. Okay. Ziemlich merkwürdig. Da müssen wir offenbar auch nicht reinspringen. Nee. Ich gehe nochmal hier hoch in diesen Gang. Hier waren doch dann diese ganzen Dinger zum Aktivieren. Richtig? So. Und jetzt gucken wir nochmal nach. Hier haben wir das Ding, das ist aktiviert. So. Ich gehe jetzt erstmal den Gang hier. So. Hier haben wir irgendeinen Teil. Hier kann man anscheinend nichts... Achso, das war das Gelbe. Genau. Das haben wir auch aktiviert. Okay. So. Dann haben wir das hier. Das ist auch aktiviert. Und da hinten geht es nicht weiter. Jetzt gehe ich nochmal gerade zurück an den Anfang. Um das hier so Stück für Stück irgendwie zu analysieren. Oder zumindest es zu versuchen. Dann biegen wir jetzt hier gleich links ab. Da geht auch der Strahl weiter. Ja. Und hier. Das haben wir auch aktiviert. Okay. Dann können wir wieder zurück. Und schon weiß ich nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Ach nee. Hier waren wir ja gerade. Also geht es jetzt hier links. Und hier haben wir das auch aktiviert. Ich probiere jetzt einfach mal, ob man es wieder deaktivieren kann. Nein, kann man nicht. Ihr Lieben, ihr Lieben. Wie geht es jetzt bloß weiter? Das ist hier die Frage. Also diese Dinger. Hier geht es irgendwie. Übersehe ich wieder irgendetwas Offensichtliches. Es ist wahrscheinlich mal wieder gar nicht kompliziert. Wie es so oft der Fall ist. Aber ich übersehe es wahrscheinlich einfach. Mann, 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 Mann. Hier irgendwas. Nee, können wir das hier wieder... Okay. Wow. Okay. 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 Was hat das jetzt genau gebracht? Wir rennen nochmal... Oh mein Gott. Was geht hier bitte gerade ab? Ist das jetzt wieder weg? Hm? Ich bin verwirrt. Okay. Da wird das anscheinend irgendwie getestet oder so. Aber da passiert auch noch irgendwo in einem anderen Raum irgendwas, oder? Das hört sich so an. Das kann doch nicht nur... Hm. Tja. Hm. Also dieses Ding kann man offenbar irgendwie aktivieren. Dann gehen wir jetzt trotzdem nochmal zurück. Wir haben es ja jetzt zweimal gedrückt. Vielleicht... Hat das irgendwas gebracht? Oh Mann, wer hier... Ja, ach so. Uppala, die habe ich gerade nicht aufgenommen. Ach ja. Hatte das was hier mit zu tun? Nein, hat es nicht. Tja, oder wir versuchen einfach mal... F9. Wer duckt dich nochmal? So. Ob hier irgendwo was weiter geht? Nein. Okay. Warum jetzt da in der Ecke explosive Fächer stehen, kann mir wahrscheinlich auch keiner sagen. Da haben wir immer noch dieses Teil aktiviert. Ich kann nichts mit den... Mit den Computern machen. Ich kann nichts mit diesen Dingern hier anstellen. Hm. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich einfach mal wieder eine Pause und schaue es mir nochmal an oder warte, was ihr mir so schreibt. Ich wünsche euch jedenfalls einen wunderschönen Tag. Sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann würde ich mich einfach mal wieder anziehen. Dann würde ich mich einfach mal wieder anziehen. Dann würde ich mich einfach mal wieder anziehen. Vielen Dank.